Moin und herzlich willkommen zu 929 in Rohstoff, Tagesausgabe der Formations-Trader am Montag, dem 9. Februar 2015 und Freunde, bei der Sportnachricht des Tages dämmerte es mir, ich habe meine Berufung verfehlt. Jetzt werden sie sagen, oh, der hört mit dem Trading auf, der lässt das Mentor-Programm sein und wird wieder Chirurg. Nein, Sportnachricht des Tages hat nichts mit Chirurgie zu tun, sondern ich hätte Sportklatsch-Reporter werden sollen. Wissen Sie, ich interessiere mich unfassbar stark für Sportklatsch und deswegen habe ich Ihnen auch heute eine ganz besondere Sportnachricht des Tages rausgesucht, nämlich, wie schrieb die Machsa heute Vormittag, die Party zu Zwietracht oder eine andere spanische Zeitung schrieb, die Partygate-Affäre um Cristiano Ronaldo, denn Cristiano Ronaldo hat am Samstag seinen 30. Geburtstag nach gefeiert. Es waren etliche Realspieler dabei und natürlich sind Fotos in den sozialen Medien aufgetaucht. Alles nicht so schlimm, nur dass Real kurz vorher 4-0 gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid verloren hatte und jetzt gibt es Ärger. Nicht nur die Fans, sondern angeblich auch Sergio Ramos und auch Edgar Casillas, die nicht auf der Party aufgetaucht sind, wollen jetzt Cristiano Ronaldo zur Rede stellen. Ist das nicht herrlicher Sportklatsch? Soll ich Ihnen was sagen? Ich werde es nicht weiterverfolgen, aber es war eine ganz lustige Geschichte und so lustig und banal die Sportnachricht des Tages ist, wir müssen das jetzt beiseite schieben und ganz seriös, fokussiert und ohne Emotionen hier auf die Rohstoffe schauen. Und wir sehen, Crude stark mit plus 3,5%, auch Brand stark mit plus 1,5%, Silber plus 2,2%, Gold plus 0,6%, Palladium schafft es auch noch in den grünen, Kupfer auch, aber Platin wieder nicht mehr mit minus 0,04%. Wir hatten am Freitag miteinander darüber gesprochen gehabt, da war es ja, ich will nichts falsch sagen, 18 Uhr, 19 Uhr, dass es darauf ankommt, ob der Goldchart im Bereich des Tagestiefs schließen sollte. Wenn ja, dann haben wir Potenzial direkt an die Nackenlinie zu laufen, ohne dass es dann heißt, dass diese Konsolidierungskorrektur vorbei ist. Wir hatten aber auch gesagt, dass wenn der Markt es schafft, so ein bisschen so in den letzten Stunden da wegzukommen, dass er Potenzial hat, dann nochmal nach oben zu laufen in Richtung 12,50, 12,45 und der Markt kommt ein bisschen zurück und macht aktuell diese Gegenbewegung. Verkaufsformationen, Fallen des Momentum, im Moment muss man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt die 20-Tage-Linie diese Kerze aus dem Weg nimmt, also über die 12,70 geht, drüber schließt. Dann wäre das bärische Bild nicht mehr gegeben, für morgen eher unwahrscheinlich. Solange der Markt sich zwischen der 200-Tage-Linie meinetwegen noch an die 55 herantraut und hier in dieser Zone konsolidiert, haben wir noch Potenzial, noch etwas nach unten zu machen. Ich hatte am Freitag noch so eine hübsche, kleine, grüne, ovale Form hier eingezeichnet, weil ich Ihnen Fibonacci-Retraignment gezeigt habe, Nackenlinie gezeigt habe. Die 20-Wochen-Linie ist hier unten, also 12,20, 1200 ist eine potenzielle Unterstützungszone und der Markt hat auch Potenzial, diese Gegenbewegung noch zu machen. Wenn wir auf Silber schauen, Silbers Gegenbewegung fällt heute stärker aus. Wir waren ja auch auf dem Dach eines Dreiecks mit der 50-Tage-Linie, da habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, ob der Markt jetzt hier drunter durchrutschen wird. Ich sehe nur jetzt aktuell, jetzt kommt schon so die erste Gegenbewegung. Also eben gerade waren wir noch bei 17,13. Jetzt weiß ich nicht, wo wir waren, als ich Ihnen die Rohstoffliste vorgesprochen habe, aber der läuft hier in Kreuzwiderstand. Also fallende Linie, unterstützende Linie, wenn Sie so wollen, eine Bärenflagge, Kreuzwiderstand, eher wahrscheinlich so daran scheitert, selbst wenn er ein bisschen nach oben läuft. 12,27 größerer Widerstand und 12,50 immer noch Widerstand. Der Markt hat zumindest Potenzial, entweder in Richtung des Tagestiefs zu laufen, was wir am Freitag gemacht haben bei 16,60, vielleicht sogar so einen Schatten reinzumachen und diese Linie am Ende zu halten. Und wenn diese Linie, morgen ist die im Bereich von 16,60 per Tagesschlusskurs nicht gehalten werden kann, ja dann ist 16 Dollar angesagt. Es bleibt aber auch dabei, dass der Markt hier unten sehr viel Unterstützung gezeigt hat und dass diese Bewegung Potenzial hat, irgendwo hier, ich weiß nicht genau wo, dafür brauchen wir eine Formation, Unterstützung zu finden und von der Unterstützung dann wieder anzufangen, eine Gegenbewegung zu machen in Richtung der 18 Dollar Marke und dann gucken wir mal, ob wir von dieser massiven Widerstandszone, so mir nichts, hier nichts vorbeikommen werden, eher unwahrscheinlich. Die Frage ist nur, kommt er nur bis hier hin und kriegt er nochmal richtig einen auf den Kopf oder kommt er bis hier hin und hält sich und hält sich und hält sich und dann sagt man, oh Mensch, der hat ja Potenzial. Insofern, der Blick zunächst noch, erstmal noch ein bisschen nach unten gerichtet, an das Tagestief von Freitag, wenn die nicht hält, dann in Richtung 16 Dollar. Bullisch ist der Markt erst zu werten, wenn wir diese Zone mit der 20-Tage-Linie nicht bullisch, das kurzfristig bärische Setup, so muss ich es sagen, ist dann nicht mehr gegeben, wenn der Tag es schafft, per Tagesschlusskurs die 20-Tage-Linie hinter sich zu bringen und wenn man sich gerade so den Wochenchart anguckt und sieht, dass wir hier mit der 20-Wochen-Linie kämpfen, dann sieht man, welche besondere Bedeutung diese Zone im Bereich der 16,70, also im Bereich des Freitagstiefs aktuell für den Silberchart hat. Haben ja, habe ich fast vergessen Ihnen zu zeigen, wir haben ja heute Platin geschortet, aus vollem Grund, ich hatte Ihnen letzte Woche schon diese Formation gezeigt, habe ich Ihnen gesagt, gucken Sie mal, das ist jetzt ein Ausverkauf und das könnte hier eine Art bärischer Keil sein, so und dann ist er nach oben geschossen, macht einen Doppeltop und zackertumski kommt da hier nach unten durch und dann macht der Markt ein Pullback an die 12,30. Diese Zone haben wir genutzt und haben den Markt geschortet und sehen schon wieder eine erste bärische Bewegung, aktuell auch mit dem, was man hier über den Tagesschart sieht. Verkaufsformation, keine Stärke im Momentum und in der Woche zum Beispiel schwächer als Silber in der Woche. Letzte Woche haben wir die 20-Wochen-Linie bärisch aufgegeben, das war dann jetzt auch potenzieller Widerstand, hat der Markt eher Potenzial 1200, 1200, 1180 abzuarbeiten und das möchten wir auch gerne sehen und da werden wir auch unsere Position entsprechend anpassen, wenn Platin in Richtung unserer Zielzone kommt. 1200, 1180, 1185 ist aktuell die größere Wahrscheinlichkeit mit dem, was wir hier gemacht haben. Erste bärische Bewegung, Konsolidierung, jetzt fängt gerade die zweite bärische Bewegung an. Ob jetzt es morgen sofort weitergeht oder ob es nochmal konsolidiert oder noch ein bisschen nach oben kommen möchte, weiß ich nicht. Potenzial, Wahrscheinlichkeit ist gerade auf der bärischen Seite. Ich bin jetzt, wissen Sie, bin jetzt weder besonders euphorisch, weil wir jetzt 10 Dollar vorne liegen, noch bin ich besonders aufgeregt, weil ich denke, oh bitte, bitte, bitte mach die 1200. Es ist nur ein Trade, Leute. Ein Trade, ein Risiko, kalkuliertes Risiko. Wir kennen unser Risiko und könnten auch damit umgehen, wenn wir ausgestoppt werden und das lassen wir ganz einfach laufen. Und was am Ende passiert, das weiß ich nie, wenn ich einen Trade eröffne. Und nur, wenn man dieses mentale Mindset, also das ist jetzt doppelt gemoppelt, also wenn man diese emotionale Einstellung zum Trading hat, dass man eine Position eröffnet und nicht denkt, oh toll, ich bin eingestoppt und gleich kriege ich die Kohle, kann man nachhaltig erfolgreich sein. Ich will jetzt heute nicht über die psychologische Schiene gehen und erklären, warum das so wichtig ist. Das sage ich noch ganz ehrlich, weil ich gleich noch Einzelcoaching habe und ich möchte hier dieses Video noch zum Abschluss bringen. Und deswegen lassen wir es für heute gut sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und habe Ihnen schon gerade eigentlich gesagt, Leute, ein Trade ist nur ein Risiko und deswegen immer Positionsgröße, die zu unserem Depot passt. Auf jeden Fall mit einem Stop-Loss-Traden. Wenn Sie traden, denken Sie daran, nachher haben wir eine Vorgängsausgabe für Sie, dann haben wir morgen natürlich die Einzelwerteausgabe für Sie. Ich weiß nicht, ob Silvio für Sie da sein wird mit einer S&P 500 Ausgabe. Der ist komplett da niederkrank. Und es kann also auch sein, dass die Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes mit der Einzelwerteausgabe als Videoformat rauskommen wird. Und vielleicht schaffen wir es ja morgen mal auf Clou zu gucken. Ich kann Ihnen ganz kurz sagen, ja, ja, sieht alles gut aus. Ich will es nicht kaufen. Denn wenn ich hier was kaufe, na, ich riskiere mein schwerverdientes Geld an der Börse. Und ich will nicht mein schwerverdientes Geld einfach hier in die 50 Tage in eine horizontale Widerstandszone werfen, auch wenn das hier potenziell stark aussieht. Sondern ich brauche etwas, damit es mir wert ist, mein Geld auf den Tisch zu legen. Und deswegen legen wir hier erstmal noch nicht, also ich persönlich, kann nicht für Sie sprechen, Sie machen das, was Sie möchten, ich lege kein Geld hier bei Crude & Brand auf den Tisch. Gucken wir uns morgen an und dann sind wir vielleicht morgen auch schon ein Stückchen schlauer. Was habe ich vergessen Ihnen zu sagen? Na klar, nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Hamidessan Aschari und das Wichtigste ist und bleibt und ich bin mir sicher, dass Sie da mit mir einig sind, dass wir, dass Sie alle hoffentlich gesund bleiben und das wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns, Formationsstädter, dann doch bitte gewogen.